Ich habe ja ein Video gemacht dazu, dass ich meine Mausfüße durch so Glasfüße ersetzt habe und das hat zwar geholfen, aber noch nicht 100%. Jan der Matt, herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir uns heute noch etwas anderes angucken. Und zwar, ich hatte ein Video dazu gemacht, wie ich bei meiner Logitech Maus die normalen Füße durch Glasfüße ersetzt habe und was ja auch einen deutlichen Mehrwert für mich gebracht hat. Ich habe jetzt in ein paar Wochen Zeit gehabt, das Ganze zu testen und muss sagen, an sich sind diese Füße super. Es ist viel angenehmer, damit, sage ich mal, die Maus zu bewegen etc. Das Problem ist aber, dass mein Mauspad, was ich habe, an dieser Stelle schon mit dem Stoff ein bisschen abgenutzter ist und es ist trotzdem, obwohl ich jetzt diese Glasfüße drauf habe, es zwar besser geht von der Gleitfunktionalität her, aber immer noch tatsächlich Probleme habe, dass teilweise ein bisschen bremsig ist. Und darum gucken wir uns heute ein Skypad Glasmauspad an, was tatsächlich jetzt gekommen ist. Und zwar ist das jetzt ein Glasmauspad, also anders als Glasfüße ist das jetzt ein komplettes Mauspad und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausschaut. Das weiß ich nämlich nicht. Und das gucken wir uns dann einfach mal an. Ich weiß nicht, wie dick das ist, ich weiß nicht, was hier alles drin ist. Okay, jetzt ist nur der Karton. Sehr schön. So sieht das aus. Ich hoffe nicht, dass das so dick ist, das wäre tragisch. Äh, Skypad. Okay. Haben wir da, schön Folie eingebracht. Hier nehme ich dir was drauf. You ask for it and now it's fine here. The world's biggest Glasmauspad, a giant build with passion, your feedback and unique craftsmanship. The Skypad XL 3.0 launches fueled by your honesty and loyalty. Bigger, faster and thinner. Your game will be fast, smooth, precise, superior and off the charts. Gear up, enjoy the game. The sky's the limit. Fantastisch. Finde ich gut. Sind schon mal sehr viele Versprechen hier. Das heißt, wir gucken uns das Ganze jetzt dann mal an. Zack. Und ich bin sehr gespannt. Skypad. Black, white. So, wir haben das, ich habe das Schwarze genommen. So sieht das Ganze dann aus. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut eingepackt. Und da ist es. Holy moly. Das ist wirklich... ...interessant. Holy crap. So sieht das aus. So dünn ist das. Man hat hier unten entsprechendes so... Ich halte, das muss man, glaube ich, Kunststoff noch runter machen. Bin ich mir nicht sicher. Aber das zum Praktik... Muss man das runter machen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist zum Kleben dann gedacht. Wow. Es ist auf jeden Fall Glas. So, ich bin gespannt, ob das mit meiner Maus geht. Ja, Glas auf Glas ist eine Böde Idee. Ich bin nicht begeistert, muss ich sagen. Also der Vorteil ist, es ist smooth, es ist... Man hört es vielleicht, es schabt die ganze Zeit auf dieser Glasplatte oben rum. Aber wie man sieht, es ist hier praktisch... Das ist jetzt eine uralte Maus, ist das hier. Die praktisch auch ganz normal Dinge hat. Das geht mit den alten Füßen hier... Deutlich besser. Also Glas auf Glas ist eine saublöde Idee. Und das hier ist an sich okay mit der normalen... Also mit dieser normalen Maus, sag ich mal. Wobei man natürlich trotzdem... Man hört es, glaube ich. Ich frage mich, ob das dann permanent zerkratzt, wenn ich das verwende. Oder ob ich die doch hier was anderes verwenden muss. Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die originalen sind. Ich kann mal kurz gucken, ob ich... Ich habe noch eine andere Maus davon. Ich hole die mal eben. So, nehmen wir jetzt die andere Maus. Habe ich gerade geholt. Ja, also... Glas-Maus-Pad. Mit normalen Dingen, deutlich besser mit diesen Teilen hier. Als mit den Glasfüßen. Definitiv. Also muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also, ich packe die beide mal genau hier drauf. Beide Mäuse. Das ist die ohne Glasfüße. Das ist die mit Glasfüße. Ja, also das geht zumindest schon mal nicht. Das heißt, ich muss mir hier was überlegen. Ich werde die Dinge vermutlich nicht mehr runterkriegen, beziehungsweise kriegen. Vielleicht verwende ich dann die mal hier. Wobei, hier war, glaube ich, das Mausrad komplett kaputt. Egal. Auf jeden Fall, das ist sehr smooth. Es hat halt den Vorteil, dass hier sich nichts abnutzen kann am Ende. Wobei, man hört es auch, auch die schleift hier ein bisschen. Aber gut. Was noch viel spannender ist, nachdem die jetzt da relativ dünn ist, ist die Frage, ob das mit dem Powerplay trotzdem noch funktioniert. Das teste ich eben mal noch. Und gebe euch da dann Feedback dazu, ob die Powerplay-Matte damit funktioniert. Ob das so dick ist, dass es nicht durchgeht. Weil, das wäre natürlich, sage ich mal, schön, wenn das damit auch gehen würde mit dieser Glasplatte. Lassen wir uns überraschen. So, ich habe es mal eben jetzt getestet. Powerplay, lustigerweise, also die Powerplay-Matte funktioniert auch mit dieser Glasmatte. Und vor allem ist die Dicke, die man haben kann, oder die Toleranz, unfassbar krass. Ich habe nämlich das LTT, also das Logitech, das Mauspad, also die Mat zum Laden. Habe darauf das LTT-Mauspad und darauf liegt jetzt dann die Glasmatte einfach drauf. Nur mal aus Tastop, das funktioniert. Und es lädt trotzdem. Also das funktioniert auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall sagen kann im ersten Schritt, das Glasfüße und Glas ist doof. Macht das auf keinen Fall. Damit verkratzt ihr die Oberfläche. Das heißt, wenn ihr Glasfüße in eurem Haus habt, kauft kein Glaspad und umgekehrt. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig in dem Sinne. Ich packe euch mal den Link zur Individu-Beschreibung unten rein, was ich mir das gekauft habe. Es ist unglaublich teuer, muss man fairerweise sagen. Ich probiere es jetzt einfach mal und werde einfach damit auch so einen kleinen Langzeit-Tester machen. Wie gut das ist, wie zufrieden ich bin. Ob es tatsächlich besser ist, angenehmer ist, weil Glas beispielsweise, man schwitzt etc. Klebt man beispielsweise an der Platte fest. Das werde ich jetzt alles mal testen. Werde ich mir das Ganze mal angucken. Und werde dazu auf jeden Fall nochmal ein detailliertes Feedback dann geben. Auch zu den Glasfüßen dann selber nochmal. Ich werde zwei getrennte, also ein Video nochmal machen. Beide Themen jetzt nochmal ein paar Wochen später dann berücksichtigen und mir das Ganze angucken. Auf jeden Fall, Glas auf Glas. Mega doof. Macht das auf keinen Fall. War ein Test. Ich habe es befürchtet, dass das so ist. Ich wollte es einfach trotzdem mal ausprobieren und testen, weil die Frage haben bestimmt auch andere Leute. Kann man das nutzen? Kann ich Glasfüße auf einer Glasplatte? Würde ich nicht machen. Ihr verkratzt einfach alles. Lasst das dann bleiben. Das war es auf jeden Fall erst mal mit diesem Video. Ich finde bis jetzt, erster Eindruck, sehr gut. Es ist flüssig, es ist smooth, solange ihr die Standardfüße drunter habt. Es ist ein bisschen lauter, also man hört auf jeden Fall einen schleifen ein bisschen. Das heißt, da muss man sich so ein bisschen vielleicht dran gewöhnen. Vielleicht ist es aber auch komplett das Falsche. Ich lasse mich überraschen. Das war es mit dem Video. Lieber fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Abonniert gerne den Kanal. Stellt mir eure Fragen gerne, die ihr vielleicht habt. Dann kann ich die auch gleich noch beantworten. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Das würde mir sehr helfen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Schaut auf Twitch vorbei, meinem Gaming-Kanal, Orch-Kanal etc. Wenn ihr Lust auf mehr anderen Content habt. Und schönen Sonntag noch. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.